hallo liebe freunde meines kanals willkommen beim zweiten teil meiner themenreihe kommunikation im notfall mit handfunk geräten aus dem jedermann funk für den notfall sollte jeder haushalt auch beim wichtigen thema kommunikation vorbereitet sein um ohne internet und handynetz hilfe rufen zu können oder wenigstens sich mit nachbarn in schwierigen situationen austauschen zu können in meinem video erkläre ich die wichtigsten funk anwendungen aus dem jedermann funk und teste die geräte auch im teil zwei an unterschiedlichen standorten ganz wichtig wäre jedoch auch zu sagen dass es nicht langt wenn ihr euch ein solches gerät zulegt und im karton in die ecke stellt der akku des gerätes sollte nämlich vorab geladen werden und überlegt euch ob ihr euch nicht noch ersatz akkus für das gerät zulegen wollte holt die geräte auch immer wieder in die hand und sorgt dafür dass sie im notfall auch funktionieren und ihr die geräte auch bedienen könnt bei geräten die mit herkömmlichen batterien betrieben werden sollte immer dafür gesorgt werden dass diese auch in ausreichender menge vorhanden sind auch ganz wichtig sprecht mit euren nachbarn über dieses thema es ist immer besser für solche notfälle vorbereitet zu sein als nichts in der hand zu haben wenn es mal zu einem solchen kommt es bringt jedoch wenig wenn eure nachbarn über diese möglichkeit der kommunikation auf dem jedermann funk noch nichts gehört haben und daher niemand von dieser möglichkeit gebrauch macht die vorgestellten geräte sind alle für die kommunikation in der nachbarschaft geeignet ok dann stelle ich die drei besten funk anwendungen aus meinem ersten teil noch mal vor wie dort schon erwähnt handelt es sich um funk anwendungen wo der nutzer weder prüfung noch anmeldungen zu erledigen hat kaufen akkus laden und los geht's alles legal und wie gesagt ohne zusätzlichen kosten die erste funk anwendung wäre free net free net ist wie gesagt eine kostenlose funk anwendung für jedermann und die geräte sind klein leicht und einfach zu bedienen hier ist eine ausgangsleistung von 1000 milliwatt möglich es gibt noch zahlreiche geräte die mit 500 milliwatt arbeiten hier würde ich persönlich die stärkere variante also 1000 milliwatt vorziehen weil durch die höhere ausgangsleistung auch im optimalfall mehr reichweite zu erzielen ist mein hier verwendetes gerät ist das stabow free talk ecodigi mit 1000 milliwatt ausgangsleistung es hat sechs analoge kanäle und sechs digitale als zweites hätten wir dann die funkanwendung pmr 446 das von mir verwendete gerät ist das stabow freecom 850 welches im set also zwei stück mit ladeschale erhältlich ist ich habe das gerät bereits vorgestellt daher blende ich euch den link zum video oben rechts ein und ihr findet den link auch in der video beschreibung auch hier sind die geräte klein leicht und relativ einfach zu bedienen diese geräte werden oft für die kommunikation im freizeitbereich gekauft ob nun beim fischen oder unterwegs beim wandern die geräte passen in jede hosentasche oder an jeden gürtel und fallen aufgrund ihres geringen gewichtes nicht zur last aber auch in kinderzimmern kann man diese pmr 446 geräte oft finden da diese funkanwendung auch in kinder walkie talkies verbaut ist sprich die geräte sind jetzt schon weit verbreitet auch unter hobby funkern ist die pmr 446 funkanwendung sehr beliebt und dadurch natürlich auch perfekt für die kommunikation unter nachbarn geeignet die geräte haben eine ausgangsleistung von 500 milliwatt und 16 kanäle sind auswählbar bei der dritten funkanwendung im jedermann funk kämen wir nun zum cb funk der weltweit nach wie vor viele viele fans in seinem band sieht seine hochzeit hatte er in den 70ern bis 90er jahren wo internet und co noch keine große rolle spielten seit ein paar jahren ist cb funk wieder zum größeren thema geworden und immer mehr alte hasen aber auch neueinsteiger finden immer mehr spaß an dieser funkanwendung weshalb der cb funk sich alleine schon aus diesem grund perfekt für die notkommunikation unter nachbarn und weitaus mehr eignet die cb handfunkgeräte sind oftmals aufgrund ihrer genialen ausstattung und größeren displays von den abmaßen größer und schwerer als die free net und die pmr 446 geräte dafür haben die cb funkgeräte eine höhere ausgangsleistung und es besteht die möglichkeit wie bei meinem voll ausgestatteten gerät der präsident renn die drei es mit einem mobiladapter im auto betreiben zu können unterwegs wie zb bei wanderungen könnt ihr durch die möglichkeit externe antennen anschließen zu können mit einer draht antenne wie der t2 lt eure reichweite drastisch zu erhöhen und zu hause könnt ihr an diesen antennen schluss auch hoch antennen anschließen und macht somit euer handfunkgerät zur heimstation mit einer reichweite je nach bebauung und verwendete antenne von circa 15 bis 50 km dadurch erhöht sich die reichweite enorm und es sind nicht nur die nachbarn die deine signale empfangen können wie ihr seht habt ihr somit weitaus mehr möglichkeiten als bei den anderen funkanwendungen mit der original antenne sind je nach bebauung reichweiten bis zehn kilometer und mehr möglich in deutschland hat man vereinfacht gesagt 80 kanäle auf denen man sich austoben darf und das gerät darf mit einer ausgangsleistung von 4 watt auf sendung gehen wer mehr über das von mir verwendete gerät erfahren möchte für den blende ich oben rechts das passende video zur rendi 3 ein den link zum video findet ihr aber auch in der video beschreibung kurz noch zur erinnerung in meinem ersten teil habe ich bereits diverse geräte an mehreren standorten getestet wie zum beispiel im keller oder vom berg zu berg es lohnt sich auf alle fälle auch den ersten teil anzuschauen den direkten link zum video blende ich euch mal gerade oben in der rechten ecke ein fangen wir an mit dem ersten test und dazu geht es direkt in die stadt getestet wird nun aus einer tiefgarage heraus ob ich mit den drei unterschiedlichen funkanwendungen eine verbindung zu meiner frau aufbauen kann tanja steht circa 30 meter entfernt außerhalb der garage so als erstes probieren wir das pmr 446 die tanja für den sascha kommen 1 2 3 4 test die tanja für den sascha negativ und als nächstes das free net gerät die tanja für den sascha kommen die tanja für den sascha 1 2 3 4 test test auch negativ so dann probieren wir jetzt das cb funk gerät die tanja für den sascha kommen anja hört ja das klappt mal durch die wand und wie sieht das bei mir aus ja nach den beiden anderen wunderbar ich danke dir dann kannst du zurückkommen das war jetzt doch too much beton für pmr und free net ich habe da noch mal getestet mit ausgeschaltet das quälsch aber das ergebnis war nicht viel besser ein paar worte konnte ich verstehen aber die qualität war nicht ausreichend um einen sinnvollen text zu übertragen dagegen hat das cb funk gerät einwandfrei diese hürde gemeistert für den nächsten kleinen test bleibe ich direkt in der stadt ich fahre zu meinem bruder sie und dann testen wir von seiner wohnung aus ob ich mit allen geräten eine verbindung nach draußen bekomme dafür entferne ich mich circa 500 meter vom gebäude in eine parallelstraße zwischen uns ein größeres schulgebäude und etliche häuser den zweiten test mit einem kilometer entfernung schenke ich mir jetzt mal für pmr und free net war das nicht machbar aber das cb funk gerät hat eine verbindung möglich gemacht kleiner fun fact am rande ich habe noch nie so viele autofahrer gesehen die durch meine anwesenheit mit drei funk geräten am gürtel und einer kamera in der hand ihr auto in windeseile umgepackt haben ja wen haben wir denn da hat den lieben sie was freue ich mich dass du wieder mit dabei bist hallo ich nicht auch das ganz mit laut sagen wie ich schon den zuschauern gesagt habe sind wir jetzt gerade mitten in der city in deiner wohnung und ich versuche gleich von außerhalb mit den verbindungen zu kommen ich war gespannt fangen wir wieder mit dem pmr 446 gerät der sie für den sache kommen ja klappt kommt hier an einwandfrei ja alles klar und jetzt wieder das free net gerät auch den sie für den sache kommen ich danke dir so und jetzt wieder das cb funk gerät sie für den sache kommen ja da klingt doch gleich wieder ganz anders tolle modulation gut dann test bestanden ich danke dir da bis gleich zum nächsten test und zwar positioniere ich mich mit den geräten in einem kleinen tal bei mir um die ecke meine gegenstation tanja ist auf der anderen seite des berges im nachbartal ich versuche somit eine verbindung mit den geräten über die spitze des berges ins nachbartei zu bekommen hier überwinde ich eine höhe von circa 60 meter und ich bin gespannt ob ich überhaupt über den berg kommen ja probieren wir als erstes mal das pmr 446 gerät die tanja für den sache kommen 12345 test negativ dann das free net gerät mit einem watt achtung die tanja für den sache kommen die tanja für den sache 1234567819 test hat nicht sollen sein und jetzt kommen wir zum cb funk gerät hat und die tanja für den sache kommen ja super ich habe dich dann ein wenig leiser gemacht ja klappt ja ein mann frei machen noch ja ok signalstärke drei bis vier modulation leicht verrauscht geht also dafür dass über den berg geht einmal frei klasse dann danke ich dir ja hier schaut er kleine gummi wurscht hat trotzdem funktioniert über den berg top als nächstes geht es um die kommunikation im wald also umgeben von vielen bäumen auch diese können je nach walddichte die reichweite der geräte extrem verringern meine holde dame steht in circa zwei kilometer entfernung unter tannen und wartet schon sehnsüchtig auf den lockruf auf den durchruf des hull dies ja und wieder zuerst das pmr 446 die tanja für den sache kommen klappt ja wunderbar ok gut zu wissen dass funktioniert dann werde ich jetzt das free net gerät ausprobieren und jetzt das free net die tanja für den sache kommen einwandfrei super klappt ja und jetzt wieder das cb funk gerät die tanja für den sache kommen tanja hört das klingt ja richtig schön ok hat geklappt gut ich danke dir ja dann bis gleich ne da kann man nicht meckern alle drei geräte sind quer durch den wald gekommen top test bestanden kommen wir nun zur erweiterung der reichweite eines cb-handfunkgerätes wie bereits angesprochen könnt ihr unterwegs die reichweite durch verwendung einer besseren antenne drastisch erhöhen somit werden dann auch andere funkstationen außerhalb der normalen reichweite der beigelegten gummiantenne zu erreichen hier sprechen wir dann je nach eigener position von reichweiten von über zehn kilometern und hier kommt nun die selbstgebaute t2 lt antenne von mir zum einsatz diese antenne zeichnet sich aus durch ein kleines packmaß passt somit in jeden rucksack und ist maximal 300 bis 400 gramm schwer die t2 lt die draht antenne könnt ihr zum beispiel mit ein wenig aufwand entweder mit einem seil in einem baum ziehen oder wie hier an einen gfk mas befestigen ich benutze daher meist auch unterwegs den spider beam 10 meter mini fieberglas mast der eingefahren eine länge von nur 72 zentimeter besitzt das gewicht des masses liegt bei circa 2,2 kilogramm und hier jetzt mein test ja tanja ist jetzt circa 15 kilometer von mir entfernt und jetzt versuche ich mit der t2 lt draht antenne und dem cb handfunkgerät mit ihr verbindung aufzubauen die tanja für den sascha kommen achtung die tanja ja klappt ja wunderbar du hast bei mir hier auch guten wert s 8 s 9 schwankend auf 15 kilometer ist das echt in ordnung kann man nicht mehr keine radio 4 bis 5 top war jetzt nur ein kurzer test ich merke mich dann später nochmal ok das waren jetzt ein paar beispiele aus der praxis nun folgen noch meine persönlichen gedanken zu dem thema es gibt viele hersteller und noch mehr unterschiedliche ausstattungs version an geräte ich kann hier lediglich von den von mir im einsatz befindlichen geräten sprechen die ich mir auch immer wieder kaufen würde alle geräte funktionieren tadellos und sind nun schon längere zeit bei mir im einsatz ich denke mal es ist die kombination aller drei funk anwendungen also pmr free net und cb funk die mir persönlich eine gewisse sicherheit geben für die kommunikation unter nachbarn also von haus zu haus oder auf freie sicht kann ich die pmr 446 und die free net geräte wärmstens empfehlen ich habe diese geräte weil sie halt so schön klein sind immer irgendwie dabei ob man jetzt am wasser unterwegs ist wie beim fischen beim wandern mit mehreren gruppen oder unterwegs mit der familie die einsatzmöglichkeit für diese geräte ist groß wird jedoch durch die geringere reichweite im vergleich zum cb funk gerät begrenzt cb funk ist im jedermann funk maß aller dinge unter den hobby funkern das medium um auch größere reichweiten überwinden zu können auch außerhalb des notfunk gedanken ein tolles hobby die möglichkeit das hobby interessant zu gestalten ist enorm und viele freundschaften bestehen auf diesem medium schon seit jahrzehnten viele cb funkern sich zum größten teil schon mit dem thema notfunk beschäftigt es gibt eine vielzahl an tollen videos und ebenso an klugen köpfen die zeigen wie man sich bereits seit einigen jahren auf das thema vorbereitet und auch möglichkeiten entwickelt über mehrere tage wochen oder auch autark über cb funk kommunikation betreiben zu können hier gibt es funk freunde die an jedem wochenende auf dem berg fahren und auch mit kleinsten mitteln versuchen große reichweiten zu überwinden und auch den notfall trainieren einige fragen mich immer wieder warum ich nicht in meinen videos empfehle für den notfall amateur funk geräte zu verwenden die hätten doch weitaus mehr leistung und mehrfrequenzen und im notfall wäre ja alles erlaubt das problem was ich hier sehe ist dass die geräte auch getestet werden müssen und daher eben nicht nur im notfall verwendet werden das führt dazu dass es immer mehr störer und unwissende gibt die im bereich des amateur funks unerlaubt aussendungen tätigen dafür mache ich doch keine werbung leute kann ja jeder so machen wie er will aber meine videos betreffen den jedermann funk den jeder legal betreiben darf ohne mit dem gesetz vorab schon in die quere zu kommen und ohne noch lange geräte programmieren zu müssen im notfall will der normale bürger auch nicht noch lange die anleitung suchen um die kiste zum rennen zu bekommen sollte jetzt eigentlich jeder geschnallt haben was ich meine wer dennoch raus posauen will mit wie viel leistung er jetzt schon auf sendung geht der soll wenigstens sein real name beim kommentieren benutzen hi zum schluss möchte ich noch einen gruß loswerden nämlich an den lieben xaver und seinen opa andreas andreas hat seinen enkel vorbildlich zum cb funk gebracht xaver hat nun seine eigene funkanlage und ist somit ein teil der großen community der cb funker klasse leistung das nenne ich doch mal vorbildliche jugendförderung weiter so und liebe grüße nach süddeutschland wenn ihr interesse an einem 13 hotel november rufzeichen habe wie ich es benutze dann besucht doch mal die hotel november dx group auf deren webseite hier bekommt ihr kostenlos euer rufzeichen den link zur webseite findet ihr in der video beschreibung gut freunde ich hoffe euch hat das video gefallen beste grüße bleibt gesund und ohne notfall euer uldi bye bye